Wie gesagt, bei dir... Horizon tut mir leid, aber du musst schon wieder hinter den anderen aufräumen. Der Brick-Tron-Gott schickt und hat keine gescheiten Brick-Trons, tut mir leid. Der Brick-Tron sind komische Arbeiter. Vor allem, die sehen auch alle so schlecht gelaunt aus. ... 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 wegmachen. Was? Hä? Was geht hier jetzt schief? Äh, pff. Okay. Nee. Ich muss das so lassen. So, jetzt habt ihr wieder Arbeit. Das geht füllen. Und du auch, Tux. So, Tux. Ich sag ja, das hier macht nur Probleme. Weil, was wollen die da unten? Bitte füllen. Äh. X-Ray. Ey, warum sollte ein Hohleraum bitte sein? Ja, das finde ich jetzt sehr interessant. Okay, X-Ray wieder ausmachen. Wieder alles zur Normalität, bitte. Das ist ja. Ja. Was ist das? Muss ich entweder gucken, dass ich hier anders fülle, was ein bisschen doof werden dürfte. Oder Glück haben, dass ich da weiterfüllen kann, wenn sie ein Stück weiter sind. Also kann auch sein, dass ich erstmal hier füllen muss. Na guck, wenn nicht, lasse ich sie dann erstmal das hier entfernen. Also müssen dann noch ein Stück weiterfüllen, weil ich hier so viel mehr zu erzählen werde. Ich bin mir immer so gut. Naja, ich verstehe gerade wirklich nicht, wo das herkommt mit dem Loch da. Ihr solltet doch echt alles mit Baumstärm aufgefüllt sein. Ah. Mist. Und ich bin wieder draußen. Egal. Hm. Das ist doof. Das hier ist auch doof. Ich finde es auch toll, wie sie manchmal einsammeln, manchmal nicht. Äh, der, den einen, den will er jetzt wieder nicht einsammeln. Ich bin wieder zusammen. Oh, okay. Wie gesagt, das Loch da ist ein bisschen irritierend. Man hat aber auch gesehen, der X-Ray funktioniert auch nicht ganz so, wie man es sich wünschen würde. Ich dachte jetzt gerade, hat man schlecht gesehen, also wenn man aus dem Winkel ungefähr guckt, denkt man, hier ist ein Tetris-Stein. Als natürliche Musterung, aber sobald man hier dreht, äh, nee, leider doch nicht. Das wäre nämlich jetzt cool gewesen, einfach mal so den Tetris-Stein als natürliches Muster zu... Aber nö. Leider nicht. Hm. So, so. So, so. Was ist das? Vielen Dank. Ach, und es ist mal wieder dunkel, also sieht man auch fast nichts. Ich gehe jetzt mal aufs Ganze. Okay. Das war zu viel des Guten. Und abtragen wollen wir eigentlich nichts. Höher wollten wir aber schon, okay. Okay. Gut, dann... Wir mal hier. Macht mal das Stück hier weg und dann gucken wir weiter. Oh. Das ist sowieso schon kacke. Gut, macht mal weg. Gut, macht mal weg. Gut, macht mal weg. So, die sind damit beschäftigt, hier wegzumachen. Das sollte kein Problem sein. Dadurch habt ihr mal ein bisschen Zeit, hier noch mehr Unordnung anzurechnen. Okay, gerade legt es wirklich wieder arg, muss ich ja sagen. Und das liegt nicht an der CPU-Auslastung. Oh, die Steine sind gespawnt. Oh, die Steine sind. Oh, die Steine sind gespawnt. Den einen lassen sie da stehen. Okay, lassen wir die mal schaffen und gucken mal, wie es hier drüben aussieht. Ich weiß nicht, ist das die mit hier im Quarry oder ist das das Flatten? Was gerade als Putt macht. Okay, das ist das Fl specify. Danke. August 24 hijo 2b.